Hallo zum E-Mobility Update am Donnerstag, den 13. Juni. In unserer Sendung geht es heute unter anderem um Strafzöder der EU auf chinesische Autos, um den dennoch stattfindenden Deutschland-Staat der chinesischen Marke Dongfang und um kleine und große Neuigkeiten aus dem Hause Volkswagen. Abfahrt bitte! Die EU-Kommission wird ab dem kommenden Monat wie erwartet zusätzliche Zölle auf importierte chinesische Elektroautos erheben. Diese werden chinesische Hersteller wie BYD und Gili unterschiedlich hart treffen. Die höchsten Sonderzölle werden aber bei SAIC fällig. Wichtig zu wissen ist jedenfalls, dass die Zölle nicht pauschal gelten, sondern je nach Hersteller unterschiedlich hoch ausfallen. Maßgeblich hierfür soll wohl die Höhe der von der EU festgestellten Subvention sein. Hat ein chinesischer Hersteller mehr Geld von der Regierung erhalten und kann der EU-Logik zufolge deshalb seine Fahrzeuge besonders billig anbieten, fällt der Einfuhrzoll in die EU höher aus. Das bedeutet, BYD wird mit einem Sonderzoll von 17,4% belegt. Bei Gili sind es 20% und bei SAIC sieht Brüssel die größte Marktverzerrung. Der Autobauer mit Sitz in Shanghai wird mit 38,1% Sonderzoll belegt. Zu dem staatlichen chinesischen Autokonzern gehört zum Beispiel die Marke MG Motor, die auch in Deutschland Elektroautos vertreibt. Hier noch ein weiteres Beispiel. Wenn die Zölle für alle Gili Marken gelten, sind auch bekannte Autobauer wie Volvo, Polestar, Lincoln Co. oder Sika betroffen und potenziell auch Smart als Joint Venture von Gili und Mercedes. Offen ist noch, welcher Sonderzoll für Tesla bzw. konkret dessen Modell 3 gelten wird. Denn das wird in Shanghai auch für den europäischen Markt gebaut. Tesla hat offenbar einen individuell berechneten Zollsatz beantragt, dessen Höhe noch nicht feststeht. Wichtig zu wissen, die neuen Zölle werden zusätzlich zu dem bereits geltenden 10% Einfuhrzoll für E-Autos aus China erhoben, was die effektiven Zölle jeweils anhebt. Die deutsche Regierung soll sich übrigens gegen deren Einführung ausgesprochen haben, da Berlin das Risiko eines teuren Handelskriegs mit Peking sieht. Durchgesetzt hat sich Deutschland mit dieser Haltung aber nicht. So oder so sind die Zölle ab Juli noch vorläufig. Die EU-Mitgliedstaaten werden aufgefordert, vor dem 2. November über die Zölle abzustimmen. Das letzte Wort ist also noch immer nicht gesprochen. Es gibt Neuigkeiten aus der ID-Familie von VW und zwar zum ID-Bus und zum mit Spannung erwarteten ID.2. Wir starten mit letzterem. VW hat die Designarbeiten an der Serienversion des ID.2 abgeschlossen. Präsentiert werden soll der ID.2, für den VW einen Basispreis von unter 25.000 Euro anstrebt, noch in diesem Jahr. Verkaufsstart wäre dann schon im kommenden. Damit ist Volkswagen dem ursprünglichen Zeitplan voraus. Eigentlich sollte die Serienversion erst Ende 2025 gezeigt werden und die Auslieferungen sollten 2026 starten. Fest steht in jedem Fall, dass der Designfeis für den ID.2 bereits erfolgt ist. Das Design des Fahrzeugs ist also final festgelegt, damit nun die Produktionsanlagen dafür vorbereitet werden können. Die Quelle hierfür ist VW-Designchef Andreas Mint, laut dem das Serienmodell sehr nah an dem Konzeptfahrzeug ID.2 All liegen soll, das auf unseren Bildern zu sehen ist. Das bedeutet, dass der ID.2 4,05 m lang wird und auf einen Radstand von 2,60 m kommt. Doch nun zu einem Auto, das es schon zu kaufen gibt. Der ID.Bus ist ab sofort in der langen Version erhältlich. Diese ist immerhin 25 cm länger und bekommt dadurch 7 Sitze unter, anstatt nur 5 in der normalen Version. Dank des verlängerten Radstandes passt auch eine größere Batterie in den ID.Bus. Dadurch steigt auch die Reichweite etwas, und zwar auf 453 bis 487 km. Der ID.Bus mit verlängertem Radstand ist in der Grundausstattung für rund 62.700 Euro erhältlich. Das sind rund 1.800 Euro mehr als der normale, 25 cm kürzere ID.Bus. Der Marktstart von Dongfeng in Deutschland wird konkret, und das trotz China-Zoll. Ab dem vierten Quartal sollen hierzulande die Elektromodelle der Submarken Voyer und M-Hero bestellbar sein. In Skandinavien sind die Chinesen bereits aktiv. Neben Deutschland steht auch die Expansion nach Italien, Spanien und in die Schweiz an. Zum staatlichen Dongfeng-Konzern gehören im Einzelnen die PKW-Kernmarke Dongfeng, die 2019 gegründete E-Auto-Premiummarke Voyer und die E-Luxus Offroad-Marke M-Hero. Die Expansion innerhalb Europas hat Dongfeng dieser Tage mit einer Launch-Veranstaltung in Madrid eingeläutet. Dort stellte das Unternehmen seine E-Autos Voyer Free, Voyer Dream und M-Hero One vor, die auch direkt bestellbar sein werden. Dongfeng flankiert den Marktstart seiner E-Autos mit der Eröffnung von Geschäften in Europa. Angestrebt sind 160 Filialen bis 2025, um die Sichtbarkeit der Marke und die Präsenz auf dem europäischen Markt zu stärken. In Deutschland kann das elektrische Debuttrio der Chinesen ab dem vierten Quartal bestellt werden. Interessierte können die Voyermodelle laut Dongfeng bereits jetzt im Autohaus Bleuel in Kerpen anschauen, das in der Nähe von Köln liegt. In Deutschland wurde das Elektro-SUV Free bereits im Mai 2023 mit rund 65.000 Euro auf der BAFA-Liste für den Umweltbonus geführt, auch wenn da der Deutschlandstart noch gar nicht erfolgt war. Das gibt aber ein Gefühl für den Preis, der freilich durch die neuen Strafzölle der EU noch deutlich steigen könnte. Kurz noch zu den Autos im Einzelnen. Der Warrior Free greift in der SUV-Klasse an. Er kommt auf 4,90 Meter Länge und einen Radstand von 2,96 Meter. Der Warrior Dream ist ein Van und teilt sich die Plattform mit dem Free, ist aber als sieben Sitze ausgelegt. Er ist 5,32 Meter lang und in China seit Ende 2021 auf dem Markt. Und der M Hero One ist eine sage und schreibe 3,4 Tonnen schwerer Elektro-Pickup. Das Modell soll dank 4 E-Motoren bis zu 800 Kilowatt leisten. Der indische Autohersteller Tata Motors plant unter dem Namen Avinia nicht nur ein einzelnes Modell, sondern eine ganze Elektro-Auto-Familie. Dieser im vergangenen Herbst bereits durchgesickerte Plan wurde jetzt von einem Manager des Unternehmens offiziell bestätigt. Gegenüber Autocar India äußerte sich der Tata Manager wie folgt. Avinia wird kein Einzelmodell sein. Es ist eine Marke und wir werden mehrere Produkte unter dieser hervorbringen. Die Avinia-Reihe wird im oberen Bereich der Tata Modellpalette angesiedelt sein und verschiedene Größen und Karosserieformen umfassen. Hauptsächlich sind SUVs und Vans geplant. Gebaut werden die Fahrzeuge einem künftigen Werk in Tamil Nadu. Die Fabrik soll laut indischen Medienberichten anfänglich über Produktionskapazitäten für mindestens 200.000 Elektroautos verfügen, die zu zwei Drittel für Fahrzeuge der Tochter Jaguar Land Rover und zu einem Drittel für Tata-Autos reserviert sind. Tata hatte das Avinia-Konzept erstmals 2022 präsentiert und damals noch angekündigt, dass das spätere Serienmodell auf der Tata-Plattform Pure EV aufbauen werde. Davon ist der indische Autobauer inzwischen abgerückt und greift stattdessen auf eine 800-Volt-Plattform von Jaguar Land Rover zurück. Sind wir ehrlich, die grüne Feinstaubplakette am Elektroauto ist absurd. Die bisher geltende Pflicht zur Anbringung dieser bei reinen Elektrofahrzeugen könnte nun abgeschafft werden. Das fordert zumindest der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Allerdings strebt die Bundesregierung derzeit keine Änderungen an der entsprechenden Verordnung an. Dennoch ist das Votum des Ausschusses ein wichtiger Schritt. Der Ausschuss schloss sich im Kern einer Petition an, wonach die Pflicht zur zusätzlichen Anbringung einer Feinstaubplakette bei E-Autos eigentlich überflüssig sei. Das Ordnungsamt und die Polizei würden schließlich die Berechtigung des Fahrzeuges innerhalb der Umweltzonen sofort anhand des Kennzeichens erkennen. Allerdings heißt es vom Petitionsausschuss auch, dass Elektrofahrzeuge dann verpflichtend mit einem E-Kennzeichen zu versehen sein müssten, was bisher nicht der Fall ist. Man darf gespannt sein, wie sich die Sache entwickelt. Einige Bundesländer preschen bereits vor. So hat Bayerns Innenministerium vergangenes Jahr die bayerische Polizei und die bayerischen Kommunen mit Plakettenpflicht gebeten, Verstöße wegen fehlender Umweltplakette bei Fahrzeugen mit E-Kennzeichen künftig nicht mehr zu ahnden. So geht's auch. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Die nächsten News und Highlights der Elektromobilität gibt's schon morgen Mittag hier auf unserem YouTube-Kanal. Tschüss und bis dann.